Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das liegt an Ihnen, Soldat Wir vermuten, Carlos hat den Koffern seinem Besitz Die Ghosts müssen den Palast erreichen und das Paket übernehmen Bevor Russen und Chinesen noch nervöser werden Bestätigt, Mitchell, die Lage am Boden ist folgende Sie leiten einen Flankenangriff mit Army-Unterstützung entlang dieser Straße Sie muss sicher sein, damit unser Konvoi zum Palast kann Straße sicher, dann zum Palast vorstoßen, verstanden So, wir müssen jetzt zum Palast Ja gut Mona, haust Sie doch Die Flüchtung Okay, Mitchell, die Rebellen haben eine Straßensperre errichtet Die Rebellen Sein Schoko-Jer-Tief Aha Warte mal Da hinten kommen wir uns gleich Bin unterwegs Ich gebe Deckung Warte, wie passt du auf? Die reiben da hinten ab Ja man, wo wo es? Ja man, wo ist das? Ja man, wo ist das? Ja man, wo ist das? So, dann hab ich da rein genuggelt Aha Da sitzen nur zwei Mit der Ellen Micky Straßensperren Zwei Stück Was ist das denn negativ? Hey Nikien Firi, du Schon unterwegs, Sir Ich bin hier Halte die Position Ich gebe Deckung Pass auf Ich schau mal mit der Firi Und der müsste Wo sitzt er denn? Links drin Du schau mal mit Du schau mal mit Ein guter Blut So ein Sniper Ellen, bleib mich auf Vorsicht Scharfschützen Im Anschlag Tatsächlich Hab ich gerochen Ich schau halt recht von mir aus Da steht er Bin unterwegs Kökland Trau bei mir um Wer treibt die da? Der Kökland da? Noch nicht da Ja gut, wenn man wissen Da liegt der Schnellste Du brauchst eine Zeit In Position Nein Mann, leg mich nicht an Hier oder da? Bin unterwegs In Position Feuerschutz Roger Jetzt hoffe ich doch Da ist kein Sniper Irgendwo Ja gut, Sniper war es nix Sondern drunter Tipp Bin unterwegs Bin unterwegs Bin unterwegs Beide auf die Schadensperre Da könnte man gerade durchbrennen, oder? Sog ihn mal Da steht er Ich bin hier Wobei ich bin fürcht, dass es weiterkommt Ich komme gar nicht Wenn es weitergeht Bin unterwegs Bin unterwegs Ich bin unterwegs Ich bin unterwegs In Position In Position In Position In Position Aha Da noch ein Guck mal. Guck mal. Test am Boden, Captain. Guck mal. Guck mal. Da drin, G. Du warst Sniper. Der steht genau da drinnen. Gehen wir weg da. Da mach ich drüben nicht. Unterwegs, Käpt'n. Bin unterwegs. Den Feind zu meiner Rechten. In Position. Wozu eben den Abflug macht. Bin unterwegs. Dr. Brown, du darfst. Bin unterwegs. Das ist Speerfeuer. Herr Burr, geh aus dir doch. Bin unterwegs. Trau dich. In Position. Ich bin hier. Ich gebe Zeitung. Ja, Sir. In Bewegung. Schon unterwegs, Sir. Ellen Ballas. Der lümmelt um. In Position. Ich bin hier. Ah, der Position? Ich hoffe das nicht, oder? Späterwinkel. Oh Freunde, der geht da hinten los. Mal bitten. Beihoben. Er ist unten zerlegt. Nach Strichemfaden. Nach Strichemfaden. Er ist unten zerlegt. Nach Strichemfaden. Schon unterwegs. Ich bin hier. Ich bin hier. Ja, ich sag mal. Das sind keine Feinde, oder? Jeter Mal. Ah, der wundert. Bei der Strahensperre. Da meine ich, wenn ich jetzt rund gehe. Verstanden. In Position. In Bereitschaft. Roger. Unterwegs. Käpt'n. In Position. Bin unterwegs. Ich gebe Deckung. In Position. In Bereitschaft. In Position. In Bereitschaft. Überwegs. Wird. Bravo. Gütig, oder? Speierpunkt. Was meinst du nichts Gutes? Aha. Boom. Ich hab ihn gesehen. Na gut. Haltろ. Schau dir raus. Haut im Tricks. Schau dir raus. Ich hab die Tabmobil aufgeschraubt. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Ich bin hier. Bin unterwegs. Klöcklen, geh mal auf. Spital aufgab. In Position, in Bereitschaft. Oh, der denkt der mir lobig. Bin unterwegs. Vorsicht, doch ihm da. Ich bin hier. Halt dir die Position. Geh, Schlingel. Wer rumschlägt, wird erschossen. Aha, da ist nur einer. Ich hörte, er ist anders überlegt. Schon, oder? Da war der auch noch eine Meinung. Ich bin hier. Walter Braun, meinst du hier? Schon unterwegs. Ich bin hier. Wo ist er hier? Er ist nicht hier. Der Status hat der Hut geschossen. Scheiße.